Wunderschönen Herzlich Willkommen zum Ersten Advent, zum 21. Adventschirchen, bei dem Ersten Adventkalender für heute, die Nummer 21 und wir suchen sie mal und ich hab sie schon gesehen und öffnen sie gleich mal. Heute haben wir hier ein Kerze im Adventkalender, damit lade ich auch schon, gehen wir zum nächsten Adventschirchen, beim 2. Adventschirchen und schauen mal in den Countdown. 3 Tage, 2 Stunden, 51 Minuten und 0 Sekunden. Dann schauen wir im Adventkalender und hier unten ist die 21. Weihnachtszeit, der durchschnittliche Weihnachtsbaum ist 1,64 Meter groß. Wenn ihr noch keinen Weihnachtsbaum habt, dann könnt ihr euch genau sagen, ich möchte meinen Weihnachtsbaum 1,64 Meter haben. Okay, sehen wir dann mal zum nächsten Adventschirchen, zum nächsten Adventskalender. 1 1 2 3 4 5 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 6 5 6 5 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 6 6 8